Hallo, heute würde ich euch gerne zeigen, mit welcher Technik ich die Leine verwende. Und zwar habe ich hier eine 5 Meter Leine und ich würde euch gerne zeigen, mit welcher Technik ich die benutze, damit wir beide eben gemeinsam an lockerer Leine unterwegs sein können. Als allererstes ist schon mal super super wichtig, dass der Karabinerhaken, der hier am Halsband befestigt ist, immer senkrecht nach unten durchhängt. Denn nur dann ist die Leine wirklich locker. Sobald ich die Leine so habe, ist der Karabinerhaken schon nicht mehr senkrecht nach unten und damit ist die Leine schon nicht mehr locker. Locker ist sie wirklich nur, wenn sie so nach unten durchhängt. Und deswegen benutze ich auch so gerne eine 5 Meter Leine, denn wenn ich eine kurze Leine habe und mich ein kleines Stück vom Hund entferne, seht ihr, dass die Leine eigentlich schon nicht mehr locker ist, sondern auf Spannung. Obwohl der Hund gar nicht beabsichtigt gezogen hat. Und bei einer 5 Meter Leine ist der Vorteil, dass ich die Leinenlänge flexibel handhaben kann. Das heißt, wenn ich mich vom Hund weg bewege, gebe ich erstmal mehr Leine. Dadurch kann der Hund mitbekommen, dass ich mich von ihm entferne und erst wenn die Leine aufgebraucht ist, dann zupfe ich kurz, damit der Hund das wirklich endgültig mitbekommt. Ich zeige das einmal. Und jetzt habt ihr das gerade auch schon gesehen. In dem Moment, in dem ich losgegangen bin, musste ich gar nicht mehr an der Leine zupfen, sondern indem ich mehr Leine gegeben habe, hat Hemba verstanden. Sarah entfernt sich und er ist mir freiwillig nachgefolgt. Und in dem Sinne musste ich sozusagen gar nicht an der Leine ziehen und dadurch ein schlechtes Vorbild sein, denn Hemba soll ja gar nicht an der Leine ziehen, sondern lernen, dass die Leine locker bleibt. Und genauso handhabe ich es hier eben auch, dass ich jetzt einfach an der Leine zupfe, wenn er die Leine auf Spannung bringt. Und in dem Moment, nachdem ich gezupft habe, wird die Leine wieder locker. Und dann sortiert er sich auch wieder hinten ein. Ein weiterer Vorteil in einer 5-Meter-Leine ist, dass ich wirklich an lockerer Leine vor meinem Hund sein kann, denn an einer kürzeren Leine würde ich relativ nah bei meinem Hund stehen und er hätte dann nicht die Möglichkeit, gleichzeitig mich und die Umwelt im Blick zu behalten. Stellen wir uns vor, von dort würde jetzt ein anderer Hund kommen, dann könnte er eben nicht gleichzeitig diesen Hund wahrnehmen und zu mir schauen und meine Reaktion mitbekommen, haben, denn er müsste sich ja immer abwenden und würde eben den anderen Hund nicht mehr richtig sehen können. Und da wir ja alle wissen, dass Hundebegegnungen nicht immer freundlich sind, ist das ja auch verständlich, dass der Hund das gerne im Blick behalten möchte. Das kann ich aber lösen, indem ich einfach mehr Abstand zwischen uns bringe, sodass ich eben weit genug von meinem Hund entfernt bin, dass er gleichzeitig den Reiz als auch mich in voller Größe wahrnehmen kann. Indem ich dann nämlich einfach so viel Abstand zwischen uns habe, ist es so, dass er gleichzeitig, wenn dort jetzt ein anderer Hund käme, diesen Hund sehen könnte und meine Reaktion sehen könnte. Damit werde ich zum Vorbild, denn er kann sehen, wie ich mit solchen Reizen umgehe. Also ganz wichtig ist, dass wir nicht permanent selber an der Leine ziehen oder sie so auf Spannung behalten, denn wir wollen unseren Hunden ja vermitteln, dass der Normalzustand ist, dass wir an lockerer Leine unterwegs sind und alles was wir tun, ist höchstens, dass wir an der Leine zupfen, so dass sie danach wieder locker wird, in der Karabine wirklich senkrecht nach unten durchhängt. Und wenn wir uns jetzt von unseren Hunden entfernen, dann ist es so, dass wir erstmal mehr Leine geben, so dass er die Möglichkeit hat zu sehen, dass wir uns von ihm entfernen und dass er sich dann freiwillig anschließt. Und in dem Moment, wo er zu uns aufschließt, nehmen wir die Leine dann auch wieder auf, so dass wir sie am Ende wieder auf normaler Hundeleinenlänge haben. Jetzt habt ihr es gerade schon gesehen. Es gab eine Situation, in der mich Timber überholt hat, also in der er vor mir lief. Das würde ich eigentlich gerne vermeiden, denn in den meisten Situationen ist es für unsere Hunde sinnvoll, hinter uns zu laufen, so dass wir vor ihnen bildlich zu sehen sind und als Vorbild agieren können, ihnen zeigen können, wie wir mit der Außenwelt umgehen. Es gibt aber Situationen, in denen es sinnvoll sein kann, die Hunde nach vorn zu schicken, wenn von hinten zum Beispiel Reize kommen, die für die Hunde gruselig sein können, seien es andere Hunde oder etwas, was der Hund eben unheimlich findet. In diesen Fällen möchte ich dann als Mensch trotzdem als Puffer zwischen meinem Hund und der Außenwelt agieren. Das sind also Situationen, in denen es sinnvoll sein kann, den Hund nach vorne zu schicken. In allen anderen Situationen aber, wenn der Hund nach vorne geht, weil er ungeduldig ist oder weil er vorne irgendwas sieht, wo er gerne hin möchte, würde ich nicht starr an der Leine zupfen oder reißen, sondern ich würde in diesem Fall mehr Leine geben, sodass mein Hund zwar sich nach vorne bewegt, ich mich aber gleichzeitig auch fünf Meter zurück bewegen kann. Das heißt, wenn dann die Leine aufgebraucht ist, also diese fünf Meter zu Ende sind, dann stellt mein Hund fest, oh, Sarah ist ja schon in die andere Richtung gegangen, dann muss ich mich besser schnell anschließen, damit ich hinterherkomme. Und das heißt, er läuft zwar die Strecke nach vorne, aber er muss die gleiche Strecke und sogar noch weiter, weil ich ja beim Zurücklaufen mich auch schon weiter bewege, auch wieder zurücklaufen. Das wird für ihn also sehr ineffizient. Er läuft dann immer wieder diese Strecke vor und zurück, sodass er eigentlich gerne schnell an sein Ziel kommen würde, aber dadurch, dass er eben immer wieder die Strecke nach vorne und wieder zurückläuft, ist es so, dass das für ihn einfach total ineffizient wird und er dann mit der Zeit lernt, wenn ich mich gleich zurücknehme, dann komme ich viel schneller an mein Ziel. Mal schauen, ob ich das gleich mal demonstrieren kann. Super, jetzt habt ihr nämlich auch gesehen, in dem Moment, wo Temba mich überholt hat, habe ich mehr Leine gegeben und ich brauchte gar nicht mehr zupfen, denn er hat sofort verstanden, wenn ich mehr Leine bekomme, dann entfernt sich Sarah und dann schließe ich mich besser schnell an, denn wenn ich das Prinzip einmal verstanden habe, bin ich ja nicht so doof und laufe noch weiter in diese Richtung, denn ich muss die gleiche Strecke ja auch gleich wieder zurücklaufen. Das heißt, der Hund versteht, umso mehr Leine er bekommt, umso weiter entfernt er sich gerade von seinem Menschen, ist dann sinnvoll, gleich wieder zurückzukommen, anstatt in die Leine reinzulaufen, weil es einfach ein ewiges Hin und Her werden würde, sehr ineffizient. Und es ist dann so, wenn der Hund das einmal verstanden hat, dass es eigentlich gar nicht mehr viel dieses Hin und Her gibt, sondern man zieht sich kurz zurück, der Hund schließt sich sofort an und man kann gemeinsam in die richtige Richtung weitergehen. Am besten ist es, ihr haltet die Leine auf der Seite, auf der euer Hund gerade nicht läuft, das heißt auf der abgewandten Seite, dann kann die Hand auf der Seite eures Hundes nämlich locker mitschwingen. Das transportiert auch Lockerheit, denn wenn beide Hände die Leine schon so festhalten, dann überträgt sich diese Spannung auf den Hund. Und die Hand kann eben entweder locker mitschwingen oder ihr benutzt sie dazu, an der Leine zu zupfen, wenn euer Hund die Leine aufgebraucht hat und eben an der Leine zieht, sie auf Spannung bringt, die 5 m aufgebraucht hat. In allen anderen Fällen würde die Leine einfach locker hängen und der Arm schwingt mit. Und wenn ich jetzt so eine 5 m Leine habe, meine ist jetzt aus Biotane, dann habe ich den Vorteil, dass ich die Leine auch mal schleifen lassen kann. Wenn ich meinen Hund zum Beispiel zum Beuteln schicke, also in die Futterbeutel suche. Und wenn ich sie schleifen lasse, dann kann ich sie ja später dann auch wieder aufnehmen und da ist eben wichtig, wie ich das tue. Dabei ist es dann super wichtig, dass ich die Leine eben nicht hier ganz vorne aufnehme, weil die Leine dann viel zu kurz wäre und schon wieder auf Spannung wäre. Dass ich sie aber auch nicht ganz hinten aufnehme, denn da kommt ja zum Beispiel gerade ein anderer Hund und wenn Temba jetzt losstümen würde, dann müsste ich ganz hektisch noch die Leine aufnehmen, denn er könnte sich in der Zeit schon viel weiter bewegen. Deswegen nehme ich am besten die Leine an dem Punkt auf, wo ich sie dann auch in der Hand haben möchte, also etwa hier oder sogar noch ein Stück weiter auf normaler Hundeleinlänge. Dann habe ich Temba fest und kann gleichzeitig die Leine aufnehmen. Und dann habe ich die Leine aufnehmen. Jetzt habt ihr gerade zufällig noch eine Möglichkeit gesehen, die man mit einer 5-Meter-Leine hat, nämlich ich kann mich 5 Meter von meinem Hund entfernen, um Außenreize von ihm abzuschirmen. Das heißt, dort ist ein anderer Hund und ich kann mich als Puffer zwischen ihn und Temba bringen, um ihm damit zu zeigen, dass ich für seine Sicherheit sorge. Das heißt aber auch, dass Temba schon gelernt hat, Verantwortung an mich abzugeben. Deswegen gibt er mir eben diesen Freiraum, mich zwischen ihn und den Außenreiz zu bringen. Gute Leinenführigkeit hängt eben immer von mehreren Aspekten ab und die richtige Technik ist ein Aspekt. Und ein anderer Aspekt ist, dass mein Hund lernen kann, dass ich die Verantwortung für ihn trage und dass er mir ruhig zutrauen darf, dass ich die Umwelt regele und er sich zurücknehmen kann. Und dann gibt es ja so Hunde, die so richtig mit den Krallen den Anker in die Erde schlagen, dass man echt Mühe hat, an straffer Leine den Hund irgendwie noch dort weg zu bekommen. Es gibt auch Hunde, die das tun, wenn sie nach vorne gehen, die dann echt ihre Kraft aufwenden. Und dann gibt es einen Trick, was man machen kann. Und zwar kann man sich auf der 5-Meter-Leine so eine letzte Schlaufe aufbewahren, sozusagen als Reserve. Und in dem Moment, wo der Hund die Leine so auf Spannung bringt, kann ich dann diese Schlaufe fallen lassen. In dem Moment kommt der Hund ein bisschen aus dem Gleichgewicht und dann kann ich zupfen und dadurch die Leine wieder locker lassen. So brauchen wir eben nicht beide unsere Kraft gegeneinander aufwenden und das ist eine Möglichkeit, wie man selbst bei schweren Hunden immer noch Möglichkeit hat, sie zu beeinflussen und eben durch ein Zupfen immer noch dafür sorgen kann, dass die Leine wieder locker wird. Wenn ihr in Gegenden unterwegs seid, wie zum Beispiel in der Innenstadt, wo ihr diese vollen 5 Meter nicht ausreizen könnt, dann könnt ihr das gleiche Prinzip mit der flexiblen Leinenlänge, aber auch auf kürzere Leine ausprobieren, also auf 2,5 bis 3 Metern. Hauptsache die Leine ist immer locker. Und wenn ihr mit Futterbeuteln arbeitet, dann könnt ihr gerne mal ausprobieren, dass ihr die Futterbeute nach hinten werft, anstatt nach vorne. Das wirkt nämlich diesem ständigen Vorwärtsdrang entgegen, weil Hunde glauben, dass immer alles Spannende vorne passiert. So lernen sie, dass eben auch hinten spannende Aktion stattfindet. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren.